Musik So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Greg's Coffee Talks. Wir haben heute einen berühmten und berüchtigten Gast bei uns. Du bist ein ganz liebes Mitglied, ein langjähriges Mitglied eigentlich, den Christian, aber du stellst dich gleich selber vor. Ja, warum bist du heute hier? Wie heißt du? Was ist dein Brotberuf, wenn du nicht bei uns im Gym trainierst? Und was verschlägt dich heute hierher zu uns? Ich bin hierher beordert worden und wenn der Herr Rat ruft, dann folge ich dem Ruf. Wir tauschen uns ein bisschen aus über das Thema Ernährung, das mich sehr interessiert und dich und die Mitglieder, glaube ich, auch. Ich bin Arzt vom Beruf, eigentlich Frauenarzt, mit dem Spezialgebiet Hormone. Und habe aber als Student schon begonnen, parallel zu Medizin, Ernährungswissenschaften zu studieren. Habe das nicht abgeschlossen, weil ich vorher mit Medizin fertig war. Habe mich aber immer interessiert für das Thema Ernährung und habe dann eben Ausbildungen gemacht, im Rahmen meiner Facharztausbildung zum Ernährungssport und Automolekularmediziner. Automolekularmedizin beschäftigt sich mit allen Formen von Mikronährstoffen. Und das ist das, was ich so mache, um meine Brötchen zu verdienen. Ja, und ich habe den Christen gebeten, ob er nicht einmal für euch da draußen sein breites Pouvoir an Ernährungswissen für uns ein bisschen aufblättern kann. Es kann auch durchaus sein, dass wir im Laufe der nächsten Stunden, mit denen wir miteinander reden werden, vielleicht auch mal Training anreißen oder auch Schlaf anreißen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute mal so einen großen Überblick über das liefern, was dir wichtig ist und was mir wichtig ist. Und es soll ja nicht der letzte Podcast von uns beiden werden. Das heißt, wir würden dann gerne in weiterer Folge auch auf jedes große Thema, beziehungsweise auf jedes Thema, das aufkommt, dann auch noch genauer eingehen, weil es sehr umfangreich ist, wie ich so finde. Also, aber jetzt fangen wir mal ein bisschen mit dir noch an. Du bist ja ein, wenn ich jetzt sage, ein sportlicher Typ, wird das nämlich ganz gerecht, was du da jede Woche aufführst. Vielleicht sagst du noch kurz deinen sportlichen Background, also quasi Kindheit vielleicht sogar zurück, Sportarten du gemacht hast, in welcher Art und Weise du diese Sportarten auch gemacht hast. Also, ob das jetzt eher so ein bisschen so zweimal die Woche schwimmen und laufen gehen oder ob das ein wenig kompetitiver war. Ja, wahrscheinlich bin ich tatsächlich ein kompetitiver Typ, aber es hat in der Kindheit angefangen. Warum genau, kann ich nicht nachvollziehen, weil meine Eltern sind total unsportlich beide. Beide, Vater und Mutter machen gar keinen Sport, haben es auch nie gemacht. Aber ich bin in Kärnten aufgewachsen und in Kärnten muss man natürlich Eishockey spielen. Das heißt, das war so das erste Eishockey, Landhockey, wo es mich hingezogen hat. Aber ich habe eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Von Tennis angefangen, Basketball, Tischtennis, Fußball in der Mannschaft, alles, was Spaß gemacht hat. Und viel Ballsportarten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich Mannschaftstyp bin oder war, aber es hat mich oft nur zu Mannschaften hingezogen. Und habe dann in Wien studiert und wie ich studiert habe, habe ich auch noch Eishockey gespielt. Also das hat mich viele Jahre begleitet, auch American Football gespielt, zeitlang. Also durchaus intensivere Sportarten und irgendwann dann Triathlon. Also war eine ganze Zeit lang eigentlich wirklich überwiegend im Ausdauersportbereich unterwegs. Ich finde das nach wie vor einen schönen Sport. Und irgendwann hat es mich dann halt in die Richtung, nicht nur Kloster Neuburg, wir wohnen jetzt in Kloster Neuburg, in Kloster Neuburg gezogen, sondern auch eben in dein Gym, damals eben auch noch Crossfit, mache ich ja heute auch noch ganz gerne. Aber das kraftsportbetonte Training macht mir immer mehr Spaß. Ich glaube, es ist auch in meinem Alter sinnvoll, das vermehrt zu machen, weil der Muskel schwindet und die Kondition noch ganz gut vorhanden ist. Aber ich mache eigentlich alles noch ganz gerne. Und das möglicherweise sogar in einem Ausmaß, das nicht empfehlenswert ist. Ist das nicht meistens so, dass Ärzte ganz was anderes machen, als sie vielleicht empfehlen würden? Ja, also ich sage das oft auch Patienten. Ich glaube, so wie in so vielen Bereichen des Lebens die Dosis und das Maß das entscheidende ist. Und ich sage das ganz oft und direkt, ich glaube nicht, dass in dem Ausmaß und in der Intensität, wie ich trainiere und Sport betreibe, dass das die beste Dosis ist. Aber es ist meine Leidenschaft. Ja, dir ist es wichtig. Ja, absolut. Und ich liebe Sport. Also vom Alter sind wir ja nicht so weit auseinander, weil ich werde ja mittlerweile auch 40 dieses Jahr. Bald. Ja, im Mai. In vier Monaten. Und es dann geht mich überhaupt nicht. Gar nicht. Nämlich. Gott sei Dank gibt es keine großen Partys wegen Corona. Aber das werden wir noch sehen. Ja, fangen wir doch gleich mit, wenn du so viel Sport gemacht hast. Wie bist du dann zum Thema Ernährung gekommen? Also Nona beschäftigt sich immer ja zwangsläufig damit, wenn man viel Sport macht. Dann achtet man darauf, nicht nur was man mit seinem Körper macht, sondern was man auch hineinbringt quasi. Erste Frage, wie war der Bereich auch im Studium abgedeckt? Also ich meine im Medizinstudium. Und zweiter Teil, wenn ich so wie ich annehme, dass ich wahnsinnig abgedeckt war, was hast du dann quasi nachher gemacht, um dich da auf den neuesten Stand zu bringen? Also Kulinarik und Essen im weitesten Sinne. Und das ist mir auch immer wichtiger. Es gibt ja viele Leute, die glauben, da ist jetzt ein Ernährungsmediziner oder Ernährungsexperte, der ist Asket und hat von Genuss keine Ahnung. Das ist auch eine Botschaft, die wichtig ist, glaube ich, dass gesunde Ernährung den Genuss nicht ausschließt. Also Genuss wurde immer hochgeschrieben in meiner Familie, ohne dass ich meine Eltern jetzt besonders gesund ernährt hätte oder uns besonders gesund ernährt hätten. Als Student hatte ich doch das ein oder andere Kilo zu viel auf den Rippen. Ganz am Anfang der Studienzeit. Und möglicherweise war das auch mein persönlicher Zugang zu dem Thema. Ich habe gesagt, okay, irgendwie wird es an der Zeit, da ein bisschen was zu verbessern. Im Medizinstudium wird Ernährung gar nicht abgedeckt, was meines Erachtens eine Katastrophe ist, weil jeder von uns weiß, wie bedeutend dieses Thema Ernährung für uns alle ist und auch für die Gesundheit ist. Und deswegen dieser Weg über die Ernährungswissenschaften und dann eben Ernährungsmedizin. Das heißt, du kannst eine Ausbildung machen bei der Ärztekammer, die dauert für Ernährungsmedizin ungefähr eineinhalb Jahre, wo du halt wirklich dann in dieses Thema eintauchst. Und das hat mir Spaß gemacht und hat mir auch einiges gebracht. Aber es hat nie geendet, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Also es ist ja tatsächlich ein extrem komplexes Thema, obwohl es sich so banal anhörte, Essen und Ernährung. Was würdest du sagen, gibt es irgendwas, was so eine landläufige Allgemeinmeinung ist? Also, keine Ahnung, ich habe als Kind immer gelernt, wie ist das gegangen? In der Früh, ist ja in der Früh wie ein Edelmann. Kaiser. Kaiser König Bettelmann. Kaiser König Bettelmann. Genau, das heißt, also eigentlich in der Früh viel, Mittag weniger und am Abend wenig. Wenig. Oder ganz wenig. Nicht jetzt auf das einzugehen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, quasi so, ich nenne das immer ganze Woche Wissen. Also landläufige Meinungen, wo du sagst, das ist aus deiner Erfahrung oder aus deiner Praxis heraus und du hast auch viele Patienten, die du in dem Bereich betreust, das würdest du vielleicht anders machen oder anders sagen. Also das ist zu Beginn gleich mal eine sehr knifflige Frage. Und diese Idee ist jetzt grundprinzipiell nicht falsch. Und auch dieses Thema Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages, wird mittlerweile sehr kontrovers diskutiert und ist auch eigentlich ganz gut, wissenschaftlich gut untersucht, weil man früher immer gesagt hat, ja nicht, das Frühstück auslassen. Und ich habe mich auch eben jetzt im Rahmen der Recherche wegen meines neuen Buchs damit beschäftigt. Und tatsächlich ist, glaube ich, eine sinnvolle Empfehlung oder eine sinnvolle Botschaft, dass die Ernährung was sehr Individuelles ist und dass man primär mal auf das eigene Bauchgefühl hören sollte. Also es gibt Menschen, die kriegen in der Früh nichts herunter, denen zu empfehlen, sie müssen aber was essen, weil sonst geht alles schief, ist einfach schwachsinnig. Und es gibt wiederum Leute, die, wenn sie zu mir um 8 Uhr in der Früh zu einer nüchternen Blutabnahme kommen, im Anschlag das Brötchen in der Hand halten und es kaum erwarten können, da reinzubeißen, nachdem wir eine Blutabnahme haben. Also da gibt es so unterschiedliche Lager. Das heißt, man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Was man tatsächlich weiß, ist, dass Essen, im speziellen Kohlenhydrate, am Abend, und das ist nichts Individuelles, sondern allgemein so am Abend schlechter verstoffwechselt werden als in der Früh. Und deswegen ist die Überlegung am Abend, weniger zu essen, beziehungsweise vielleicht sogar, oder zumindest weniger Kohlenhydrate zu essen, ja durchaus richtig, wenn es jetzt um das Thema Gewicht geht, was es ja oft ist. Also wenn du mir jetzt fragen würdest, wie viele Leute kommen denn in deine Ordination, um sich beraten zu lassen, wie man ein paar Kilo verlieren kann, und wie viele kommen, die sagen, Dr. Matta, ich würde mich gerne einfach gesünder nähern. 90-10, mindestens. Das ist sehr, sehr optimistisch gedacht. 99-1, würde ich sagen. Also meistens geht es um das Thema Gewicht, und das hat ja auch eine Berechtigung, weil sie viele unwohl fühlen oder vielleicht sogar gesundheitliche Risiken damit zu verantworten haben. Wenn man jetzt rein nach dem Thema, wie ernähre ich mich bestmöglich für mich und meinen Bedarf geht, dann gibt es keine pauschale Empfehlung. Das muss man wirklich individuell gestalten. Weil wenn jetzt ein Athlet käme oder ein Leistungssportler, dann muss der sich theoretisch oder natürlich ganz anders ernähren als der Otto-Normalverbraucher. Und grundprinzipiell für den Otto-Normalverbraucher, das sind ja die meisten, ist es durchaus ratsam, in der Früh was zu essen. Und da weiß man aber, dass ein eher kleines Frühstück, um es vereinfacht auszudrücken, wahrscheinlich die beste Wahl ist für den Morgen. Also in Wahrheit geht es eigentlich darum, wenn du sagst, individuell, in Wahrheit muss man wahrscheinlich 100 Varianten ausprobieren, oder 200 oder 300, von Menge, was man isst, wo man isst, um in Wahrheit eigentlich drauf zu kommen, okay, das tut mir gut. Und dann auch abhängig davon, keine Ahnung, gehe ich nachher ins Büro, oder mache ich nachher Sport, also bin ich eher geistig gefordert, bin ich körperlich gefordert. Und ich habe halt jetzt hier auch aus dem Gym so ein bisschen, das ist halt relativ schnell festgefahren, so ein Thema, weil man ist gewohnt, vielleicht aus der Kindheit, Jugend, gewisse Lebensmittel oder gewisse Rhythmen beizubehalten, aber assoziiert das dann gar nicht mehr mit, vielleicht ist das der Grund, warum ich schlechter schlafe, oder warum ist vielleicht das der Grund, warum, keine Ahnung, ich Bauchweh habe um 11 Uhr jedes Mal, oder nach Mittagessen jedes Mal diesen Knick drinnen habe, und sage, okay, das könnte ich mir eigentlich hinlegen. Was hast du denn schon, was hast du selber schon alles ausprobiert? Alles. Ja, eben. Ich habe ja wirklich schon alles ausprobiert, einfach weil ich mitreden können möchte. Das, was ich eigentlich in letzter Zeit eine sehr sinnvolle Überlegung finde, ist, dass man diesen Terminus bedarfsgerechte Ernährung verwendet. Und bedarfsgerecht impliziert ja schon, jeder hat einen unterschiedlichen Bedarf, und auch ich handhabe es zum Beispiel bei mir so, dass ich an Tagen, wo ich nicht sportle, was selten vorkommt, aber zum Beispiel jeden Mittwoch, überhaupt nicht geplant oder so, ja, es ist mein Leben sehr, sehr strukturiert, dass ich an den Tagen, wo ich mich nicht bewege, anders esse, als an den Tagen, wo ich mich bewege, was ja durchaus Sinn macht, weil wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder zu Hause verweilt, dann ist der Bedarf natürlich ein anderer. Also da kann man schon mal sich überlegen, wie man das handhaben könnte. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der gerne Fleisch isst. Fleisch ist ja auch so ein kontroverses Thema. Ist es gesund, viel Fleisch zu essen? Sicher nicht. Ist es am gesündesten, kein Fleisch zu essen? Mit Sicherheit auch nicht. Und deswegen empfehle ich auch immer diesen gesunden Mittelweg diesbezüglich. Ich habe zum Beispiel schon mal, wenn du das schon mal ausprobiert hast, die vegane Ernährung ausprobiert. Das ist mir zum Beispiel wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Man wächst da wahrscheinlich auch rein, um jetzt die Veganer nicht zu verärgern. Aber ich hatte eine ganz konkrete Erwartungshaltung. Das heißt, ich habe mich mal einen Monat vegan ernährt und habe gedacht, okay, pass auf, wenn ich mir das antue, unter Anführungsstrichen, dann will ich einen gewissen Nutzen von dieser Art der Ernährung haben. Besser fühlen, besser schlafen, was auch immer. Und das war nicht der Fall bei mir. Und deswegen habe ich gesagt, okay, pass auf, nachdem ich ja Fleisch gerne esse, ist das nichts für mich. Und so habe ich es mit wirklich ganz vielen Dingen gehandhabt. Vegetarisch, ich habe Paleo ausprobiert, ich habe Fasten ausprobiert, was im Rahmen der Familie schwierig ist und ich das deswegen nicht gerne mache. und auch Paleo ist ja schon sehr speziell, schließt viele Lebensmittel aus, wird auch oder kann auch mühsam sein. Also ich habe wirklich versucht, den für mich besten Weg zu finden, der sich einfach für mich am besten anfühlt. Also ich finde das wirklich, wirklich toll. Bevor ich jetzt erzähle, was ich schon alles ausprobiert habe, was nicht funktioniert hat. Nein, ich habe mich noch nie vegan ernährt. Also das konnte ich bis jetzt nicht, ja, völlig richtig. Aber ich finde das super, was du machst. Nämlich in Wahrheit ist es ja anekdotisch Evidenz, das heißt Sachen ausprobieren und schauen, was passiert, ob es funktioniert oder nicht. Es gibt logische Evidenz, das heißt, ich probiere so wie in der Mathematik etwas aus und falsifiziere oder verifiziere es dann und sich nicht nur, weil ich weiß, dass du auch viele, logischerweise, wissenschaftliche Studien liest und viel Fachliteratur, aber eben sich nicht nur auf das zu verlassen, sondern sagen, okay, wenn ich wissen will, wie sich ein Veganer fühlt, dann muss ich das mal einen Monat ausprobieren, was ein sehr vernünftiger Zeitraum ist und jetzt nicht einmal die Woche kein Fleisch essen und dann schauen, was passiert. Wir haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja mal ein Jahr keine Zucker gegessen, oder? Ein Jahr. Genau. Das habe ich ja auch einmal gemacht, zehn Monate lang. Ich habe sogar auf zehn Monate auf Kaffee verzichtet, auf Zucker verzichtet, mal auf alle Kohlenhydrate verzichtet, aus einem ganz anderen Grund, als jetzt nur abzunehmen. Ich glaube nämlich, und das ist wirklich meine Achillesferse, Ernährung, sicher jetzt auch aus Anfangszeiten, was beruflich betrifft, Stress, ich habe immer wahnsinnige Heißhungertacken am Abend gehabt, also jetzt nicht, dass du denkst, ich komme nach Hause und jetzt esse ich mal ein Stück Schokolade, zu viel, sondern, also wir reden jetzt wirklich von quasi den Kühlschrank ausräumen, was logischerweise eine Stressreaktion einfach war, wenn du nach Hause kommst und das ganze Druck fällt ab, du bist zu Hause, Familie, Geborgenheit und spätestens dann, sozusagen, wenn vielleicht das Kind schlafen gegangen ist oder die Kinder, da sind bei mir alle Schranken gefallen. Und das habe ich eigentlich mit dem, mit diesen zehn Monaten, ich wollte einfach mal herausfinden, okay, woran liegt das wirklich, diese Heißhungertacken? Lustigerweise sind in den zehn Monaten jetzt körperlich bei mir gar nicht so viel passiert, wie ich mir das gedacht hätte. Also meine Erwartungshaltung war eigentlich, wenn ich das jetzt ein Jahr mache oder zehn Monate, schaue ich nachher aus wie du. Das war nicht der Fall und da gab es kein, da gab es kein einziges Cheatmeal, da gab es keinen einzigen Cheat-Tag, ich habe das wirklich zehn Monate konsequent durchgezogen, aber was ich gemerkt habe, dass sich mein Verhalten massiv geändert hat. Also Heißhungertacken viel weniger, auch diese müden Phasen viel weniger und ich habe dazwischen auch intermittierendes Fasten mal ausprobiert, habe gemerkt, wenn ich das hin und wieder mache, gut, wenn ich das jeden Tag mache, ist das total, wie soll man sagen, komisch für mich. und das heißt, was ich draufgekommen bin, dass es oft gar nicht so sehr darum geht, zu sagen, was ich jetzt bei sich esse, sondern vielleicht sogar, wann ich was esse. Und ich habe in der Zeit auch begonnen, auch ein bisschen auf diese Biorhythmus einzulesen, in dieser Zyklus, dieser zirkadianische Zyklus und mir dann geht er auch, okay, was ist, wenn ich zum Beispiel ein bisschen mehr mal auf mein Parasympathikus, Sympathikus, Nervensystem achte und sage, okay, was braucht es eigentlich, um Protein zu verarbeiten oder was braucht es, um das vielleicht Kohlenhydrate mehr als sie machen und eigentlich genau das, was du vorher angesprochen hast, wo du sagst, du trainierst wenig oder weh oder gar nicht einen Tag, dann reduzierst du sozusagen auch deinen Kalorienkonsum, ich weiß jetzt nicht, wie du das genau aufgliederst, ob das jetzt heißt, gar keine Kohlenhydrate oder ob das immer noch aufgeteilt bleibt, aber auf jeden Fall dem Rechnung zu tragen. Und was ich dann gemacht habe, in Wahrheit war, relativ simpel, Kohlenhydrate triggern, das heißt, Blutzuckerspiegel steigt etc. Das heißt, das habe ich mal prinzipiell nur rund ums Training verwendet, wenn ich mir gedacht habe, okay, vielleicht gibt mir das sozusagen einen Boost, aber wenn ich einen Boost will, muss ich das konzentrieren. Ich kann das jetzt nicht den ganzen Tag nehmen, weil sonst checkt ja mein Körper nicht, dass es irgendwas tun soll. Das heißt, Kohlenhydrate rund ums Training, Fett den ganzen Tag, Fett, ich habe jetzt nicht Olivenöl getrunken, aber halt fettreiche Lebensmittel zu mir genommen und aber Protein komplett auf den Arm geschoben, weil meiner Meinung nach Protein dann am besten verarbeitet wird, wenn ein Körper in einem parasympathischen Zustand ist. und ich ganz oft früher Bauchweh bekommen habe, wenn ich zum Beispiel Mittag eigentlich ein gesundes Mittagessen, nennen wir es jetzt, weiß nicht, Hühnerbrust mit Brokkoli und Reis gegessen habe und ich aber genau diese, diese gemerkt habe, wie ich einfach wahnsinnig müde werde. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es gar nicht so sehr an den Kohlenhydraten, sondern vielleicht liegt es an Protein. Für mich hat das super funktioniert. Im Gegenteil, mein Schlaf hat sich massiv verbessert, seit ich nur mehr am Abend quasi Protein zu mir nehme. Also ich schlafe tiefer und ich mache in der Früh auf und denke mir, okay, das war jetzt gut. Und nicht so dieses klassische, ja, ich habe jetzt zwar acht Stunden im Bett verbracht, aber irgendwie fühlt es sich an wie drei. Also das waren, das waren so meine, meine großen, großen Experimente in den letzten Jahren. Auch Paleo ausprobiert und Keto kann man ausprobieren. Also relativ grauslich war damals, kann ich mich erinnern, dass eigentlich nur das Fett bestanden hat. Aber das ist etwas, was ich jetzt auch nicht, also ich mache das immer noch, was ich jetzt auch nicht als Diät empfinde, sondern für mich ist das normal. Also wenn ich körperlich wahnsinnig aktiv bin, esse ich davor, währenddessen, danach Kohlenhydrate, als Energielevelhalter Fett und am Abend Protein. Und weil du vorher gesagt hast, von einer Menge des Fleischkonsums, der ist bei mir massivst runtergegangen, seit ich das mache. Also ich habe ein richtiges Verlangen nach Protein am Abend und auch eine, ich weiß es nicht, vielleicht sind es 250 Gramm, also im Rohzustand, 250 oder vielleicht sind es 300 Gramm, aber ich muss jetzt keine sieben Kilo Fleisch am Tag essen, damit ich mich voll fühle. Ja, das ist auch eine wichtige Botschaft, glaube ich, der Proteinanteil in der Ernährung wird, glaube ich, vor allem von Frauen streiflichst vernachlässigt und da entsteht immer gleich die Idee, ja, ich will nicht so viel, das kommt oft hier aus, ich will nicht so viel Fleisch essen. Da muss man sich auch vor Augen halten, man muss ja nicht Fleisch essen, um sich proteinreich zu ernähren, weil Fische oder Meeresfrüchte oder gerne auch Tofu oder Eier etc. ja sehr gute Eiweißquellen sind. also ich glaube, wir sollten heute im Rahmen des Gesprächs ein paar Grundlagenbotschaften vermitteln, damit sich jeder mal Gedanken macht, also Bewusstsein schaffen, sage ich dann auch oft in Vorträgen, Bewusstsein schaffen ist, glaube ich, der wichtigste Schritt in die richtige Richtung, dass man sich überlegt, was möchte man denn, ja, möchte man sich besser fühlen, möchte man abnehmen, möchte man mehr Muskeln aufbauen, und dann muss man sich ganz anders ernähren. Also man kann einfach nicht pauschal sagen, ernähren dich so, das ist für jeden gut geeignet und für alles gut geeignet, das ist ja vollkommen schwachsinnig. Das heißt, man muss sich überlegen, was möchte ich denn verbessern? Verbessern ist, glaube ich, auch ein wichtiges Schlagwort. Wir Österreicher oder generell wir Menschen, glaube ich, wir neigen immer zu Extremen, das muss immer alles perfekt sein, also wenn keine Süßigkeiten oder weniger Süßigkeiten geht nicht, wenn, dann müssen es keine Süßigkeiten, keine Süßigkeiten mehr. Dabei wäre es ja absolut okay, man würde jeden Tag ein bisschen Süßes essen, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Das heißt, das Vorhaben, was zu verbessern, ist immer wesentlich ratsam und das passt auch zu deiner Trainingsphilosophie, als etwas perfektionieren zu wollen. Das wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Wäre auch unmenschlich und unschön, finde ich, sich perfekt zu ernähren. Das ist ganz wichtig und dann eben, und das muss man sich auch vor Augen halten, aus solcher Sachen werden oft gesagt, na, wissen Sie, meine Freundin, die kann viel mehr essen als ich und die ist viel dünner als ich. Das muss man sich halt einfach vor Augen halten. Warum ist das so? Ja, weil dieses Thema Stoffwechsel, Fettstoffwechsel, Gewichtsmanagement einfach von ganz vielen Faktoren gespeist wird. Das muss man sich halt einfach vor Augen halten. Das sind die Gene, die einen Einfluss haben. Das ist das Mikrobiom, also die Zusammensetzung aller Mikroben im Darm, die einen entscheidenden Einfluss nehmen auf unseren Stoffwechsel. Und, und das hast du früher auch erwähnt, das ist ein ganz, ganz riesiges Thema. Es ist dieses, Wort mag ich überhaupt, nicht, wenn Sie jetzt trotzdem kurz innen, um Stress, es ist dieses Stressthema, das uns alle fehlleitet. Und wenn wir aufgrund unseres Lebensalltags nach Hause kommen und nichts anderes im Sinn haben als Belohnung und unser Gehirn weiß, der Zucker vermittelt uns dieses Belohnungsgefühl. Na, na, was werden wir machen? Wir werden zum Kühlschrank greifen, nicht den Apfel rausnehmen, sondern Schokolade oder Salami, Leberkiss, Sämme und Co. Das ist zu natürlich. Das heißt, ganz oft, und auch diese Botschaft möchte ich transportieren, ganz oft ist es, ist es ausreichend oder notwendig, dass du an deinem Lebensstil was veränderst. Und zwar an dem gesamten Lebensstil. Nicht nur, ich esse anders, sondern ich lebe anders. Ansonsten kommen viele auf keinen grünen Zweig. Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich, weil ich das auch bei mir selber ausprobiert habe. Diesen, ich habe mir gedacht, klar ist, Zucker oder Kohlenhydrat ist mal per se oft eine Belohnung. Jetzt habe ich mir gedacht, warum nütze ich diese Systematik für mich nicht? Und habe zum Beispiel trainiert, relativ hart, eine Stunde, und habe dann quasi nachher als Belohnungssystem eingeführt, dass ich nachher quasi etwas essen kann, wo ich glaube, ob das jetzt Schokolade ist oder Mehlspeise oder was auch immer, um einfach zu manifestieren, okay, der Körper verwendet das, relativ rasch. Das heißt, das ist jetzt nicht die Belohnung für Stress, sondern es ist Belohnung für positiven Stress, also sprich Training. Und ich fand das interessant, das hat am Anfang irrsinnig gut funktioniert. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich brauche das gar nicht mehr. Also ich habe das irgendwann rein aus Gewohnheit gemacht, was halt cool ist, wenn du nach dem Training einfach essen kannst, das jetzt nicht, was du willst, aber quasi eine kleine Belohnung zu machen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig für mich. Das heißt, für mich, und ich sehe das ja auch hier tagtäglich, also momentan nicht tagtäglich, aber normalerweise tagtäglich im Gym, dass oft Essen ja wahnsinnig stark mit Verhaltensweisen gekoppelt ist. Also Belohnung, weil rationale Erklärung gibt es keine, dass man diesen Ben & Jerry's Kübel einfach auf einmal aufessen muss. Und du hast jetzt das Bonmot Stress rausgeworfen, das haue ich Disziplin raus. Also Disziplin, ich weiß, dass du wahnsinnig diszipliniert bist, aber ich glaube, die Leute verwechseln oft Disziplin mit sich selbst nichts Gutes tun. Im Sinne von, Disziplin ist wahnsinnig wichtig, wenn man es aus den richtigen Beweggründen heraus macht. Und ich glaube, dass es oft viel wichtiger ist, sozusagen den Grund, warum ich etwas mache oder nicht mache, zu kennen, als jetzt einfach da lachend oder nicht lachend in eine Kreisse hineinzulaufen. Das heißt, weil viele Leute scheitern ja auch an sowas wie Motivation oder Disziplin und dann halten sie es drei Wochen durch, wo es eine Diät ist oder keinen Zucker essen. und viele haben halt nicht diesen massiven Selbstdisziplin, massiven Willen, so wie zum Beispiel du hast, weil du das halt einfach vielleicht aus dem Sport herauskommst, der einfach dir antrainiert hast. Was machen wir mit solchen Menschen? Zu denen ich übrigens auch gehöre. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dieses, du hast das, glaube ich, so genannt, dieses, ich halte das durch, ich überstehe das. Das ist ganz oft ein Zugang zu einer Ernährungsumstellung oder einer Diät, dass die Leute einfach vom ersten Tag an froh sind, wenn sie es hinter sich gemacht haben. Ja, vier Wochen und nach vier Wochen ist dann aus und dann habe ich es oder auch nicht. Was habe ich denn dann, ist die große Frage. Natürlich kann man auch mal sagen, man will jetzt mal vier Wochen Gewicht verlieren und wenn man das dann geschafft hat, dann ist es auch gut, aber da gibt es auch gute Statistiken dazu, dass es vielen Menschen gelingt, Gewicht zu verlieren und nur ganz, 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 ganz wenigen es gelingt, das Gewicht zu halten, das sie im Rahmen der Diät erreicht haben. Und deswegen darf, es sei denn, man ist masochistisch veranlagt, wie es ich ansatzweise bin, nicht im sexuellen Sinne, aber im Lebensalltag, dass man sozusagen Verzicht wollen muss. Ich glaube, man muss den Benefit auch erkennen dahinter, weil es geht ja nicht darum, dass man etwas nicht macht, sondern, wir haben das ja auch hier im Gym ausprobiert und ich glaube, sobald man merkt, dass sich etwas ändert und das hat jetzt nichts mit mehr Muskeln oder weniger Fett zu tun, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel mal sechs Stunden schlafe, also mein Schlaf besser wird und ich schlafe vielleicht nur sechs Stunden, obwohl ich sieben schlafen soll, weil das halt irgendwer gesagt hat, aber ich wache nur früh auf und bin einfach leistungsfähig und ich glaube, dann tut man sich viel leichter, das zu verzichten, wenn ich merke, dass es nicht normal ist, keine Ahnung, ich bin früh aufwache und ich habe Bauchschmerzen oder Blähungen oder solche Sachen. Ich glaube, viele Menschen nehmen das einfach als normal hin und hinterfragen das dann gar nicht mehr. Ja, also klar, das wäre natürlich das Schönste, wenn du durch eine Veränderung, egal von was, dann auch gleich subjektiv, spürbar dich besser fühlst. Das wäre das Schönste und auch der größte Motivator wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht bei allen so, weil es gibt ja auch Menschen, die sind zu dick und die fühlen sich rundum wohl, sollten aber trotzdem Gewicht verlieren. Also die Motivation ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor und da sollte das Wohlbefinden nicht mehr an vorderster Stelle stehen und nicht das Gewicht auf der Waage. Da bin ich voll bei dir. Es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, denn es gibt halt viele Lebensmittel, die uns irrsinnig gut schmecken und die wir gerne tagtäglich in den Speiseplan integrieren würden, was halt unterm Strich sich oft nicht ausgeht. Es sei denn, man trainiert wirklich übertrieben viel und das können und wollen die wenigsten. Also man muss schon versuchen, ein vernünftiges Mittelmaß zu finden und die kann ja die Lösung dafür gar nicht genau sagen. Bei mir funktioniert es. Das heißt, auf das, auf das ich verzichte, gibt mir nichts mehr. Vielleicht war es auch ein wirklich langer, langer Weg der Selbstfindung. Also zum Beispiel Burger als Beispiel genannt. Mir schmeckt Burger, aber es gibt mir nichts mehr. Das heißt, auf Burger zu verzichten oder auch auf Pizza zu verzichten, ist für mich kein Verzicht, sondern ich lasse es weg, weil ich weiß, es ist jetzt nicht gerade das Gesündeste und es gibt mir nichts. Wenn du mich jetzt fragen würdest, auf was ich nicht verzichten möchte, was wahrscheinlich nicht das Gesündeste ist, ist zum Beispiel Schokolade, wobei ich glücklicherweise dunkle Schokolade sehr gerne habe, also noch die gesündere Variante. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mir wehtäte, jetzt ein Leben lang auf Zucker zu verzichten. Wird auch oft gefragt in Ordination, Sie haben doch ein Jahr auf Zucker verzichtet. Das machen Sie doch sicher immer noch so. Und ich sage dem, naja, sicher nicht. Warum auch? Also war ein spannendes Projekt, aber mir ist der Genuss der dunklen Schokolade viel wichtiger als jetzt die Tatsache, dass ich da ein bisschen auf ein bisschen mehr Zucker verzichten könnte noch. Und zum Beispiel auch Rotwein, wobei Rotwein immer schlechter vertrage. In letzter Zeit trinke ich auch weniger, weil es mir besser tut. Ich fühle mich besser ohne Alkohol, ohne jetzt jemals raue Mengen davon getrunken zu haben. Aber das ist etwas, was mir auch zum Beispiel Spaß macht, ab und zu mal ein Glas Rotwein. Die Dinge konsumiere ich trotzdem, obwohl es vielleicht auch besser wäre, darauf zu verzichten, einfach weil es mir viel gibt und das für mich kulinarischen Genuss ausmacht. Und andere Dinge wiederum, auf die kann ich relativ gut verzichten. Also ich beiße mir tatsächlich sehr selten mittlerweile auf die Zunge und sage, naja, lieber nicht. Ich habe, vielleicht als letztes Thema für heute, ich habe mich ja wahnsinnig viel, weil mich interessiert, dass es diese Grundursachen, weil du gesagt hast, ich glaube, dass Essen wahnsinnig, logischerweise wahnsinnig emotional ist, weil es einfach so ein gemeinsam kochen, allein schon, wenn du den Duft von frischem Essen riechst, wenn du nach Hause kommst oder du es selber kochst, du hast Gäste, es beginnt auch jede Party in der Küche und endet auch in der Küche. Das ist so ein zentraler Ort, früher Feuerstelle, heute Herd. Und wenn du beginnst, diese Gerüche wahrzunehmen und wenn du jetzt an Weihnachten denkst oder egal, Ostern, da gibt es einfach gewisse Sachen, die, glaube ich, wahnsinnig emotional auch verknüpft sind. Und ich habe damals begonnen gelesen über das enterische Nervensystem, also quasi die Darmflora und Magen und so weiter und ich habe da echt coole Sachen entdeckt, weil die Grundfunktion von dem enterischen Nervensystem ist in Wahrheit Verhaltensänderungen. Weil wenn du früher, also ich rede jetzt von tausenden Jahren, quasi nicht mehr das bekommen hast, weil zum Beispiel irgendein Viech ausgestorben ist oder du hast, weiß nicht, schlechte Ernte gehabt, dann hat in Wahrheit dein enterisches Nervensystem eine Verhaltensänderung von dir erfordert, sprich, du musst woanders hingehen. Und ich glaube, dass es auch ein Mitgrund ist, warum das einfach so stark auch emotional verbunden ist. Weil wenn du, ich glaube, jeder weiß so in der Basis, was gut ist und was schlecht ist. Dass er jetzt nicht wahnsinnig viel Zucker essen soll und dass man vielleicht weißes Mehl jetzt nicht im Übermaß genießen soll. Und logisch kommt man ja an die wenigsten Leute ran. Das ist zumindest meine Erfahrung. Du hast da mehr Praxiserfahrung, weil das so emotional miteinander verbunden ist. Und ich glaube, dass es eine Lösung darin liegt, dass dieses Grundbedürfnis sozusagen, wenn ich das jetzt nicht mehr esse, dann fühle ich mich schlecht. Oder es gibt zum Beispiel auch Emotionszustände, wenn du jetzt sagst, wenn du traurig bist, hast du so quasi dein Go-To-Food, was quasi deine Traurigkeit ein bisschen besänftigt. Das ist meistens irgendwie so, ich weiß nicht, Zucker oder Eis, Eisbeutel. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass da die echten Antworten drinnen liegen, warum. Weil logisch kannst du jemandem, der jetzt 40 Kilo Übergewicht hat, sehr gerne erklären, dass er keinen Zucker mehr essen soll. Aber praktisch ist das echt schwierig, dass er das macht, weil er nicht versteht, wofür eigentlich diesen Zucker verwendet. Weil da geht es ja nicht mehr um Nährstoffe aufnehmen, sondern da geht es ja oft um emotionale Bedürfnisse zu befriedigen oder eine Ausflucht zu suchen oder zu sagen, oder so wie in meinem Fall auch lange Zeit, einfach auch Stress unterzubekommen. Und die Schlussfolgerung war dann in Wahrheit, oder was ich mir gedacht habe, ist in Wahrheit ist es so, ich nenne es immer so ein sympathischer Fix. Das heißt, für all das, was du nicht selber an Durchtraining vielleicht doch generierst, also wirklich Intensität und Auspowern oder es kann auch Emotionen, sozusagen auch rauslassen oder wenn du angefressen bist, also mal irgendwie gegen die Wand schreist oder solche Sachen, dass das ganz oft dann drinnen bleibt und du dann halt so die klassischen Fixes wie Kaffee, wenn du müde bist, Zucker, wenn du irgendwie unglücklich bist, Alkohol zum Beispiel, wenn du quasi diesen Boost brauchst, um sozial kompatibel zu sein, was auch immer. Und ich fand das einen wahnsinnig spannenden Ansatz, weil eben das so unterschiedlich ist bei den Leuten. Absolut. Also du triffst den Nagel auf den Kopf und ich glaube, das ist so mal die erste Botschaft des heutigen Tages, dass man eben sich mal versucht, um mich zu wiederholen, sich das bewusst zu machen. Wo stehe ich und warum mache ich was? Und was zum Beispiel auch ganz interessant ist, ist, dass der Morgenkaffee, den so viele von uns glauben zu brauchen, eigentlich gar keinen Sinn macht. Gibt es auch Studien dazu, weil das Cortisol ja in der Früh noch mal aufstehen, mit Abstand am höchsten ist. Das zu pushen macht keinen Sinn, denn mehr kann deine Nebenniere nicht produzieren an Cortisol. Das heißt, man weiß, dass so eineinhalb bis zwei Stunden nach dem Aufstehen, da würde es Sinn machen, weil da fällt das Cortisol dann ab. Aber trotzdem glauben wir, wir brauchen in der Früh die Kraft. Das ist ein Ritual in Wahrheit. Absolut. Und was ich auch ganz spannend finde, ist das, was du gesagt hast, das ist vollkommen richtig, das kenne ich auch von mir selber und das kennen glaube ich viele, dass wenn man einen wahnsinnig mühsamen Tag hatte, vielleicht kennst du das auch, dass man mal am Abend ein Glas Rotwein trinkt, um runterzukommen oder einen Whisky oder was auch immer man möchte. Und ich zum Beispiel merke das auch von mir, dass ich im Urlaub praktisch keinen Alkohol trinke, wo man sich überlegen könnte, ja gerade im Urlaub, Ballermann geht schon. So habe ich im Urlaub praktisch kein Bedürfnis nach Alkohol und trinke dann auch viel, viel weniger, als ich es sonst trinke, ohne mich jetzt in die Ärzte-Riege des Alkoholikers zu schieben. Aber ja, jeder von uns macht das glaube ich. Der eine isst eine Schokolade und der andere trinkt ein Glas Rotwein. Das ist ja ganz legitim, aber es ist schon interessant und das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren, wenn du stressfrei durchs Leben gehst, verhältst du dich in vielen Belangen, ganz anders, auch abgesehen vom Thema Schlaf, das wir auch mal aufgreifen wollen, weil das einfach unfassbar ist. Und auch der Schlaf oder die Schlafstörung, die viele betrifft, ganz maßgeblich unser Ernährungsverhalten beeinträchtigt. Ich habe eine letzte Theorie noch und ich versuche es mir selber zu beweisen, die da heißt, ich glaube, dass unser System, unser Körper generell wahnsinnig hohen Stress braucht, sowohl körperlich als auch geistig. Ich glaube nur, und das sehe ich halt im Training, was halt mein Ding ist, dass das immer weniger Leute quasi de facto auch machen, nämlich mit hoher Intensität zu trainieren, Intensität zu trainieren. Und ich glaube, dass es so ein bisschen fehlt und das heißt, du suchst dann immer, dein System verlangt diesen Stimulus, dein System verlangt dieses, ich nenne es immer so ein bisschen so der Bär ist hinter mir her, dieses Gefühl, weil ich halt stark an diese Balance aus massiven Stress und massiver Entspannung einfach glaube. Du brauchst beide Extreme, glaube ich, wahnsinnig stark. Und ich habe so das Gefühl, dass Ernährung so ein bisschen wirklich als Ersatzdroge auch für diese Sachen verwendet wird, weil, und das muss ich jetzt leider mal sagen, wir halt heutzutage rein körperlich gesehen kaum noch wirklich im Stress ausgesetzt sind. Psychisch machen wir uns, glaube ich, viel mehr Stress, als es tatsächlich da ist, weil du hast in Wahrheit keine akute Bedrohung von Leib und Leben. Du hast wahrscheinlich immer ein Dach über dem Kopf und du wirst immer was zum Essen haben. Also so die drei fundamentalen Ängste, die wir, glaube ich, so als Menschen haben. Und dann macht man sich halt so selber die eigenen Probleme. Du sagst, dann fliegt man plötzlich wegen drei E-Mails aus oder in Wahrheit, wo man sich denkt, das ist ein bisschen eine Lappalie. Also ich glaube, dass da wahnsinnig viel drinnen ist und ja, wir werden vielleicht bei den nächsten paar Malen da ein bisschen näher drauf eingehen. Unbedingt. Es ist natürlich auch dramatisch, wenn man sich vor Augen hält, dass wenn du, egal aus welchen Gründen, und das sehe ich auch bei meinen Patienten ganz oft, ist, wenn du andauernd das Gefühl hast, das ist erstmal dahingestellt, dass es natürlich auch positiven Stress gibt, aber der wird halt von vielen oder Stress wird von vielen Menschen negativ empfunden, dass du auch eigentlich aufgrund deines Lebens, Alltags fürs Training ungeeignet bist. Weil wenn dein Körper den ganzen Tag das Gefühl hat, unter Stress zu stehen, wie soll denn der positive Stress, der werden intensiv. Dann setzt du eigentlich noch mehr Stress dann am Abend drauf oder in der Früh, wenn du trainieren gehst. Also das ist schade, weil an der Stelle, wo der Stress einen positiven Effekt hätte, fehlt da. Naja, vielleicht können wir da auch beim nächsten Mal darauf eingehen, was wir vielleicht auch von Trainingsseite dazu beitragen können, zum Beispiel Unterschied zwischen in der Früh trainieren und am Abend trainieren, Schlaf zu fördern oder auch vielleicht ein bisschen auch den Push, wenn ich um sieben in der Früh trainiere, mitzunehmen für einen, was, 18, 12-Stunden-Tag. Unbedingt, wir wollen ja das Feld aufrollen. Es gibt ja auch zum Thema Ernährung und Training unfassbar viele Tipps und Maßnahmen, die wirklich Sinn machen. Beispiel, dass man am Abend, wo du gesagt hast, Eiweiß ist, macht voll Sinn, weil der Katabole, Stoff ist, also der Muskelverlust über die Nacht einfach stattfindet und das kannst du eindämmen, den am Abend Eiweiß reich ist. Also da gibt es tausend Tipps und wenn Interesse da ist, dann plaudern wir gerne noch detailliert drüber. Ja, in diesem Sinne, wenn es Fragen von euch da draußen gibt, bitte einfach der Einfache halber mich schicken, weil Christian hat zu viel zu tun. Also einfach ein crackit-crackstream.schicken. Möchtest du überhaupt deine Website sagen, weil du hast eh so viel zu tun? Ja, sicher. Man kann mich finden, ja, im Internet. Also weil den Christian Finn will, Christian Mattei, dann wird den Christian auch finden. Also her mit den Fragen, wir strukturieren das auch gern so nach der Häufigkeit der Fragen und beim nächsten Mal werden wir es an dem meistgestellten Thema auch annehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Christian, danke für deine Zeit. Bitte sehr gerne, war mir ein Verwürgen. Und stay cracksy. Bis zum nächsten Mal.